1. Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Aeons End und es ist mal wieder Zeit, oder es ist schon verdammt lange her, seitdem wir beide das letzte Mal aufgenommen haben, die herzallerliebste Lanphier. Hallo. Und, äh, meine Wenigkeit, du bist jetzt Frau Doktor oder so, ne? Äh, nein. Ich bin Frau Master of Arts. Ah. Aber auch noch nicht ganz, ich muss nur eine Verteidigung machen. Aber ja, ich hab jetzt endlich wieder mehr Zeit und der arme Standi hat so geduldig gewartet, dass wir endlich mal wieder zusammen spielen können und jetzt, ich glaube, jetzt können wir endlich mal wieder ein bisschen regelmäßiger zusammen zocken. Ja, 10. Januar haben wir das letzte Mal gemeinsam aufgenommen, haben wir gesehen auf Discord und ich hab immer mal wieder zwischendurch gefragt, mich praktisch schon angebiedert. Und du hast immer wieder gesagt, nein, keine Zeit, ich hab schon gedacht, jetzt, ja, die liebt mich auch nicht mehr, jetzt ist alles vorbei. Aber jetzt sind wir wieder hier, jetzt können wir wieder zocken. Und das sogar zwei Tage hintereinander. Ja, morgen wollen wir nämlich auch mal gucken, da haben wir uns auch schon was überlegt, aber das muss erst alles installiert und gedownloadet und oh. Und deswegen jetzt erst mal zum Einstieg, Aeon's End. Dann starten wir auch mal direkt rein. So, ähm, warum hab ich denn jetzt hier sechs Bosse anstatt vier? Ich hab doch nur, oder nee, doch nicht, genau, äh, ja, ist ja auch egal. Ähm, wir haben mal gegen die Hassgeburt gespielt und wir haben mal gegen diese Königin gespielt hier. Hm, die war widerlich. Genau, die, sollen wir die nochmal zum Einstieg nehmen? Ach, die, das war aber so eklig mit diesen kleinen Viechern, die über am Rand rumgekrabbelt sind. Oh. Ja, dann sind wir wieder bei deiner Katze, einfach daneben setzen und dann. Oh, die freut sich. Aber eigentlich ist gar nicht so schlecht, ne? Zum Einstieg nochmal was, was man schon mal hatte, was man kennt, finde ich gar nicht so blöd, ja. Dann nehmen wir vielleicht doch die Hassgeburt, weil er einfach der einfachste ist. Mhm. Ja. Außer mit seiner Rage, mit seiner Wut dann hin und wieder zuschlägt, ja. Also ich werde auf jeden Fall mit Kadia spielen, weil Kadia ja die Möglichkeit hat, ähm, sie hat zumal von Hause aus eine Karte, die heilen kann hier oben. Mhm. Das ist gut, ja. Und, ähm, durch sie kann man dann auch einen Spieler bestimmen, der drei, ähm, Zauber aus seinem Ablagestapel wieder zurück auf die Hand nimmt. Hm. Welche hatte ich? Warte mal, ich übernehme mal kurz hier. Ähm, wie mache ich das? Achso. Ähm, was war denn das? War das hier Mist, die ich hatte? Ich glaube, du hast jetzt Mist gehabt, genau, weil Kadia und Mist, das sind auch die beiden, die ich immer im analogen Spiel nehme. Das ist einfach mal die Dings Team. Ja, dann machen wir das auch erstmal. Bevor ich jetzt irgendwas anderes ausprobiere, würde ich sagen, machen wir es so. Genau. Ist dann für die Zuschauer wie eine Wiederholung zu sehen, aber das ist ja vollkommen egal. Ja, mal gucken, vielleicht verkacken wir ja total. Eben. Ähm, beim letzten Mal haben wir, glaube ich, beide Partien gewonnen. Ja, haben wir beim ersten Mal immer. Ja, wir sind schon super. Ja. So, dann werden wir uns mal ein paar Kristalle aus, die wir natürlich kaufen können, um, ähm, ans Ätherium ranzukommen, beziehungsweise, ja, Mana praktisch. Ähm, nehmen wir mal die. Relikte kaufe ich eigentlich nie. Dann nehmen wir aber mal den, ich hätte gerne den Sprengstab, dann können wir nämlich damit, wenn wir es kaufen sollten, einen gerade gebundenen Zauber auslösen. Mhm. Und was kann der Flexentdecker nochmal, next time, wir open more focus, open more breach, blablabla. Genau, wenn du da dann beim nächsten Mal einen Riss schließt, beziehungsweise, focus benutzt, zahlst du drei weniger, richtig. Oh, das ist schön. Zauber, das haben wir hier mit, ähm, Amplify Vision nochmal dasselbe. Einen geschlossenen Breach kannst du dann umsonst öffnen oder focus benutzen. Focus your close breach with the lowest focus cost, genau. Kostet allerdings auch vier Ätherium. Dann nehmen wir vielleicht noch hier noch einen günstigen Zauber, der einfach zwei Schaden macht. Und du kannst einmal Energie verlieren, um nochmal zwei Schaden zu machen, das ist gut. Mhm. Und vielleicht noch ein bisschen was Teureres. Was haben wir hier? Das ist ein Schaden, der, äh, Zauber, der gut Schaden macht, drei Schaden. Oh, was ist, ja genau, was ist mit dem hier? Der war doch auch nicht schlecht, oder? Der Planner Insight, hier der da, ja. Äh, deal two damage, deal one additional damage for each of your open breach. Also wenn du vier offene Risse hast, machst du zwei, sechs Schaden. Mhm. Genau, ja dann nehmen wir den doch auch noch. Genau, dann haben wir auch von der Ätherium-Kosten her schön ausgeglichen. Man kann natürlich nur der teure Zeug nehmen, aber bis man sich dann was leisten kann, ist der halbe Kaff schon vorbei. So, ich kann, äh, rein. Mhm. Hier oben wird ja die Reihenfolge und du darfst auch schon anfangen. Oha, ich hätte gerne erstmal geguckt. Okay, ähm, gut. Erstmal ist ja sowieso, Moment. Ja. Ähm, genau. Was war das? Gar nicht, Schad. Das ist die Charakterkarte, ähm, dafür kriegst du ein Ätherium. Oder du könntest zum Beispiel, wenn ich jetzt schon einen Zauber gebunden hätte, könntest du den mit dieser Karte auslösen. Mhm. Wenn du jetzt natürlich alle Gems spielst, hast du dann vier Ätherium, kannst du dann dementsprechend auch was kaufen von oben. Ja, das wär gar nicht so schlecht, ne? Oder du kannst den Riss natürlich öffnen, das geht jetzt auch. Das siehst du ja, mit drei Ätherium kostet dann, äh, den Riss um den zu öffnen. Ja, dann würde ich vielleicht sogar den Riss öffnen, tatsächlich. Ja. Oder macht das Sinn? Warte mal. Kaufen wäre auch nicht schlecht, ne? Ist auch nicht schlecht, hier schon mal so eine bessere Dinger zu haben. Ja, es gibt mehrere, zackticken, ne? Hätte ich denn hier. Cast any prep. Hä, könnte ich jetzt schon angreifen? Das kann sein, dass das funktioniert, da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Warte mal. Ja, wenn das anklicken kann, ist ja klar. Oh, wunderbar. Mensch. Dann geht das sogar für deinen Zauber. Ah, guck mal, wird auch was dazugelernt. Sehr schön. Ja gut, ähm, dann hab ich jetzt drei so eine Dinger. Ähm. Genau, wenn du den kaufst, dann legst du den direkt aufs Deck, anstatt auf den Ablageschrappel. Weil Karten, die du normalerweise kaufst, kommen ja erstmal auf den Ablagestapel. Den würde ich dann auch nehmen. So. Genau. Und jetzt musst du wieder die Reihenfolge bestimmen von deinen ausgespielten Karten, wie du die zurückblickst. So. Genau. So. Dann wollen wir nochmal gucken. Ich mach dasselbe. Ich werde erstmal die ganzen Gems spielen. Ich werde dann den Riss öffnen. Ja, also viel bleibt mir dann auch nicht mehr übrig, außer dem Zauber noch zu binden. Zack. Aber man kommt gut wieder rein, ne? Es ist nicht so, es ist sehr intuitiv, finde ich. Ja, aber so empfinde ich das Spiel jedes Mal, wenn ich spiele. Es ist wie nach Hause kommen, also. So. Sehr schön. Jetzt hab ich ja die Dinger hier alle schon. Okay. Ich könnte den Riss öffnen. Hätte da noch zwei. Äh, wie war das hier nochmal mit dem Fokus? Ähm. Da kannst du jetzt halt fokussieren, dass der Riss sich ein Stück weit öffnet. Achso, aber gleich öffnen, das macht ja mehr Sinn. Genau, der kostet jetzt halt drei, der ist daneben, würde ich zum Beispiel sieben kosten, um den sofort zu öffnen. Stimmt so. Okay, ja. Doch, man kommt wieder rein. So, ich hab jetzt noch zwei. Dann würde ich... Achso, das könnte ich auch machen, ne? Genau. Das erlaubt dann jemandem vier Karten zu ziehen. Oder du kaufst halt da oben den Kristall, der dann natürlich dementsprechend mit der Ethereum gibt. Oder das Relikt könntest du auch kaufen. Das war... Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber eigentlich brauch ich es jetzt noch nicht. Ich würde vielleicht erstmal da rauf gehen. Achso, ich muss ja wieder zurückpacken. So, mal schauen. Oh, sehr schön. Aha. Okay. Können wir uns auswählen, was Unleashed twice... Ähm... Und wir kriegen zwei Charges oder wir nehmen vier Schaden bei unserer Festung der letzten Ruhe. Also bei Greyfold. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die vier Schaden. Das ist ja praktisch wie... Ja, wäre ich auch dafür. Ja. So, ich nochmal... Pop, 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 pop. Ähm... Genau, das ist ein Zauberwirken. Das muss man immer als erstes machen. Dann... Ich spiele alle Gems und kaufe mir einfach mal hier einen Zauber. Komm, die Phönixflamme. Das schlägt dann natürlich zu. Na gut. Und die Karte von diesem, äh, er schlägt zu Stapel, die geht dann wieder auf den Stapel drauf. Also die kommt nicht aus dem Spiel, leider. Oh, ich bin dran. Da ist die Schwimmfe hintereinander, kommen dann aber verloren. Oh Gott. Okay. Theoretisch, ja. Hat das gerade was gebracht? Ein Schaden, ja. Ach so, irgendwie... Okay. Ähm, okay. Ja, kann ich erstmal nur die hier reinballern? Ach so. Okay. Jetzt kann ich... Jetzt weiß ich nicht viel, aber ich könnte jetzt zum Beispiel das Ding hier kaufen. Zum Beispiel? Ja, das würde ich mal machen. So. So, immer drauf auf die dumme Nuss. Solange noch keine Minions liegen. Hm. Ah, jetzt was kann ich machen? Fokussieren. Wo war der nochmal? Hier, warte mal, ich kaufe mal den Zauber hier. Der wird dann auch erlaubt, hier... ...einen Riss zu öffnen. Hm. Genau. Na, jetzt ist Viech? Ja. Ew. Okay. Okay. Er macht jedes Mal so viel Schaden, wie er Leben hat. Mhm. Oha, ist schon ganz schön runter, ne? Hier, die... Oh! Hm. Was machen wir denn da zuerst weg? Warum hat der denn jetzt zwei Monster gezogen? Ach so, weil er zwei hintereinander war. Ah, ich verstehe. Hm, hatten wir gerade ein bisschen Pech. Ähm. Ja, ich würde sagen, wir machen erst mal hier das weg, ne? Weil es ja nur vier Leben hat. Okay. Das wollte ich gerade sagen, spiele ich jetzt mit einer Figur, aber nein. So, na, mal gucken. Ist leider nur ein Zauber drin. Äh! Oh nein, ich hab's... Oh nein, ich hab gepennt. Entschuldigung. Kannst es rutspulen, wenn du willst. Oh, wie denn? Hier? Das da? Ja. Ja. Ja, irgendwie... Ich war gerade... Ich hab vergessen, dass man auf die Karte ziehen muss. Okay. Ja, die verstecken sich so da oben. Oh, sieben Ethereum. Kannst dir schon was Dickes leisten. Ja, ich würd auch, glaub ich, auf Zauber gehen, statt jetzt zu öffnen, ne? Weil wir müssen ja mal ein bisschen Damage hier raushauen. Ich... Ja, ist jetzt die Frage? Lieber den oder den? Der macht noch nicht so viel Sinn, ne? Weil ich ja nur zwei Breaches offen hab. Ich fände nur vier Schaden aktuell, genau. Hier haben wir drei, jetzt zwei Damage. For each prepped spell in a... Ach so. Hm. Aber macht trotzdem das hier erstmal mehr Sinn, ne? Ja. Nimm mal den. Ach so. Beide nichts verkehrt machen. Oh, bitte wir. Oh, gut. Oh, super. Hier, gleich wieder rauf. Sehr gut. So, was... Ach so, was hab ich jetzt hier? Das Relikt. Ach so. Mhm. Ähm, wie setze ich denn das ein? Jetzt kannst du einfach ausspielen, oder? Ah, okay, so funktioniert das. Natürlich, jetzt nicht viel macht's. Halt, 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 halt. Wenn du, ähm... Ja, dafür müsstest du jetzt... Natürlich jetzt noch einen Riss öffnen, aber... Ist nichts verkehrt. Auf der anderen Seite, wenn du das andere auswählst... Ist die Karte weg, ne? Moment, Moment. Reduce next focus open. Ne, du kannst das dann umsonst öffnen. Genau, das bringt doch was. Ja, du kannst das obere auswählen. Wenn du das untere auswählst, dann zerstörst du die Karte. Das ist doof. Genau. Ne, jetzt kostet Fokus nämlich null. Okay. Okay. Oh, okay. Ich verstehe. Achso, ich vergesse das hier immer. Ach, nochmal. Ach, Mensch. Das ist ja spannend. Ähm, ja, dann bist du jetzt zum Glück weg. Puh. Gut. Da, das da rein. So, da hin. Oh, das wird mit. Okay. Jetzt haben wir die hier. Vier. Was ist das? I may cast a pep special. Oder... Die Karte da in der Mitte, die macht praktisch genau das, was deine Charakterkarte auch macht. Ja, ist Quatsch, ne? Fokus, your close breach with the lowest focus caused dear two damage if all your breaches are opened, dear one additional. Wie viel mache ich hier nochmal? Zwei damage nur? Hm. Das ist auch nicht so viel. Zwei damage, you may lose one charge to dear two additional damage. Ach, ich habe keinen... Achso, warte mal. Wie viel brauche ich immer, um einen charge zu machen? Zwei? Ja. Achso. Hm, vielleicht sollte ich das mal vorbereiten für irgendwas. Klar. Ich wäre es gar nicht so cool. Wie du möchtest. Gibt ja genug für, äh, Möglichkeiten. Ja, ich würde das tatsächlich mal so machen. Mal ein bisschen auf langfristig kurz. Obwohl, jetzt die Frage, wie lange wir noch haben. Wie, nochmal? Ach nee, okay. Also jetzt haben wir drei Runden Zeit, also dreimal, bis er wieder dran ist. Und dann... Mh. Natürlich. So, wir haben da zwei meinteinander. Mhm. Das ist jetzt eine komische Runde. Ah. Oh, oh. Okay. Mal drei Wut macht ja noch nichts. Erstmal vier Wut. Zehn schlägt er zu. Was macht ihr hier oben nochmal? Genau. The player with the most prepped spells suffers two damage for each of their prepped spells. Oh, das kann teuer werden. So. So. Will ich was tauschen? Äh, nee, 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 nee. Äh, ich hol. Heilen brauche ich ja noch niemanden, den bietet er mir das jetzt auch noch nicht an. Ja, unseren Charakteren gibt's gut, ach so. Ach so. Hm, noch. Ich hol mir nochmal ein Kristall. Damit ich ein bisschen was einkaufen kann, demnächst. Mhm. Ach so, ich bin da direkt nochmal dran. Ja. Nicht so praktisch. War die ganze Runde so. Das war doof. Ja, der, ja, du kannst ja zurückspüren, ja. Gegen die andere können wir nichts machen, ne? Gegen die, ähm, nee, nee, manchmal schon, aber hier, äh, diesmal können wir das dann nicht abwärmen. Oh, was kann ich mir denn glauben? 5. Wo wir noch mal einen hiervon. Genau. Okay. Ich kann jetzt nur den angreifen, ne? Sonst geht der nicht. Hm. Okay, ist ne Menge? 5. Oh, ich hab gern 6 gehabt. Nein. Hm. Ich könnte... Ich könnte auch den Dings öffnen. Ja, aber dann, äh, spul nochmal zurück. Weil wenn du einen Riss öffnest... Ah, ich verstehe. ...dann kannst du nämlich den Zauber ausspielen. Ja. Bei den beiden Rissen rechts ist ja nochmal plus 1 Schaden. Da hast du recht. Muss ich jetzt alle... Oh. La, la, la. So. Genau. Das passt halt gerade auch so gut von der Anzahl. So. Okay. Ja, und wir aufräumen. Ach, Entschuldigung. Immer wieder. Oh. Gut. Aber das hasse ich immer mehr mit seinen Minions, wenn man ihm nicht aufs Gesicht hauen kann. Das ist voll doof. Das war eine Zeit für Möglichkeiten. Alle Gems, drei, ist nicht so viel. Schauen wir nochmal einen davon. Obwohl... Das war doof, ne? Ich kann einen Riss öffnen. Sag doch was. Entschuldigung, ich... Ja, du musst doch auf mich aufpassen. Ich? Ja. Du bist doch hier der Pro. Du bist nochmal. So. Sehr schön. Zahlst du doch gleich aus. Schön. Oder drei Gems. Diesmal hole ich mir aber. Halt, was genau machst du? Okay. Oh, nein. Obwohl, es passiert ja noch nichts. Weil wir haben ja noch zwei Runden Zeit und der mit den meisten Spells kriegt dann richtig Schaden. Das wäre ich jetzt. Das wäre jetzt richtig doof bei mir auch. Passiert ja nicht. Oder wahrscheinlich nicht. Vielleicht. Es kann passieren. Okay, was war denn hier? Erstmal das da. Den haben wir bald. Okay. Warte mal, ich habe nur die, ne? Oh, ich kann sogar... Na, geil. Ich kann ihn fertig machen. Eh. So, tschüss. Sehr schön. Ähm, du warst... Achso, okay. Eins, warum? Weil durch die Karte, durch das Relikt, das drei weniger kostet. Vorher waren es vier. Hm, okay. Ah. Ja, hm. Ja. So. Kannst jetzt eh nichts anderes machen. Ne. Denk auch nicht. Aufräumen? Ich werde es nicht mehr lernen. Ich sehe schon, du lässt es mal andere für dich aufräumen. Ja, ja. Oh, nein. Warum wurde das denn jetzt schon ausgelöst? Okay. Ja, steckt da auch nochmal zu. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ja, ich glaube, ich bin gleich tot. Du kannst dich ja noch heilen, oder? Ja, aber immer nur ein Lebenspunkt. Immer nur, wenn die Karte kommt. Hm. Was kann ich denn mal machen mit den fünf? Hm, hier ist einer mehr. Ja. Aber die Vierer-Ding ist auch noch nicht so schön. Ach nee, die hast du sogar schon, ne? Ich hole mir einen Kristall und ich hole mir einen Dreier-Zauber. Genau. Nicht er, nicht er. Ach, verdammt. Wow. Ja, mit dem machen wir immer nur einen Schaden. Oh, egal was man macht? Das ist ja doof. Ja. Okay. Nein, nicht er schon wieder. Ja, fuck. Warum? Ach so, ja, weil er dran ist, der macht drei Schaden. Wäre ganz nett, wenn du den Schaden nehmen würdest. Ja, ja, klar, natürlich. Du kippst ja gleich um. Ja, ich gebe mein Leben für dich. Da müssen wir vier Energie für abgeben, okay. Also diesen Plan könnten wir jetzt zum Beispiel zunichte machen. Zwei habe ich ja schon, also. Das ist auch das hier, ne? Ja. Ja, wenn du noch zwei auflegst, dann kannst du den direkt vernichten in den Plan. So, erst mal die Dinger heben. So. Genau. Tschüss. Richtig. Achso, ich habe noch ein Ding, aber damit kann ich nichts machen, ne? Nee. Gut, dann. Hey, sie hat aufgeräumt. Ja. Und ihr wart Zeugen dieses großartigen Moments. Weltpremiere. Ich heile mich einmal, glaube ich. Na, guck. Bin schon wieder fast so gut wie du. Für zwei kannst du den Arsch mal machen. Einmal Energie. Und aufräumen. Ich habe dran gedacht. Oh, ich darf nochmal. Okay, komm, ich trete ihm jetzt in den Arsch. So. Und, Schiss. Ja, gut so. Puh. Gut. Drei. Okay, dann würde ich eigentlich ganz gern. So. Und, und, und. Gut. Ja, ist ja nur aufgeschoben. So. So. Den Charge gebe ich ab. Dann machen wir fünf Schaden. Sehr schön. Hat er jetzt fünf Schaden gemacht, ne? Weil er hier nur drei abgezogen hat. Ähm. Ich habe gerade nicht drauf. Nee, er hat drei Schaden nur gemacht. Deal two damage. May lose one charge to deal two additional damage. Hä? Moment, ich mache hier durch den Zauber, mache ich drei Schaden. Ja. Drei bis fünf. Und wenn du den Charge machst, ist doch. Jetzt den Charge. Jetzt so. Jetzt aber. Hä, war gerade ein Fehler, ne? Habe ich was anderes geklickt? Nein, du hast genau das gleich. Oder? Ich bin der Meinung, du hast darauf geklickt. Der Charge war doch auch weg gewesen. Also. Mach's. Okay, da sollten wir drauf achten. Ob das öfter passiert. Ihr ist noch beschissen hier. Oh. Okay. Erstmal. Das ist da. Jetzt habe ich natürlich kein Damage hier. Na gut. Ja, das bringt mir nix. Fünf. Oh, warte mal. Kannst den öffnen. Äh. Fokussieren. Ja, öffnen jetzt dann auch können, aber. Ach so. Oh. Äh, hä, hä. Moment. Hi, guck. Das ist aber natürlich kein Zauber, ne? Kannst nur aufrollen. Ja, schade. Hust, hust. Hust. Oh nein. Puh. Sieben Ätherium. Ähm. Warte, warte. So schnell konnte ich gerade nicht gucken. Damage to players was one additional damage for each food. Okay. Okay. Oh, ich bin ja schon wieder. Okay. Ja, doch. Reicht nicht. Man kann die nicht sammeln, ne? Das ist dann... Man muss einmal sieben auf einmal, ne? Für hier. Ähm. Ja, du kannst die mitnehmen in die nächste Runde. Ja? Ja, mach nochmal rückgängig bitte oben auf Fall. Genau. Du kannst auf Endz hören gehen, dann nimmst du die mit in die nächste Runde. Oh. Das ist natürlich dementsprechend dann nur zwei weitere Karten auf die Hand, ne? Aber dann wäre es vielleicht sinnvoller, den wegzumachen, weil es nur eins ist. Ich weiß... Ne, warte mal. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele, die mehr machen. Hm. Aber ich komme auch gar nicht... Warte mal. Ich war jetzt schon dran. Der kommt noch einmal dran, dann ist hier eins schon wieder weg, ne? Mhm. Oh, das wird ein schwieriges Ding. Ich habe hier fünf, sechs... Na gut, ich bräu... Doch, ich bräuchte nur noch eins dazu. Ach komm, ich versuche das mal. You can take more... Ne, will ich ja nicht. Alles gut. Ja. Ja, da hätte ich. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Ja, ist halt nur die Frage, wenn die nächste Runde kommt, er könnte vor mir dran sein, ne? Dann wäre... Genau. Tja. Vielleicht hast du ja auch Glück jetzt. Zwei, vier, sechs. Zwei, vier, fünf, sechs. Wir brauchen sieben. Drei, vier, fünf, sechs. Ne, ist doch sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Spiel mal alle aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach so, ich habe oben auf die Zahl geguckt. Entschuldigung, ich habe hier, guck mal. Ich habe hier hingeguckt. Entschuldigung. Null Problemo. Miss. Stimmt, man kauft die für drei, aber... Okay. dirt, man was mit dem zweiten Plan hier. To this card. This card. Two cards in hand at its cost four more. Möh. Also, so habe ich ja noch niemals. Skandal. Ich mach mal die Energie auf. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich muss mal hoffen, dass du drankommst. Ja! Ja! Oh! Wie viel Glück kann man haben. Oh! Sehr schön. Achso, ich kann ja noch angreifen, ja. Okay. So. Und es ist gut. Ja, es kann doch ganz anders laufen mit dem Glück. Ja, aber jetzt einmal hatten wir, wie, wie ist hier? Sky to cards on hand, that each costs four on now. Hä? Warte mal. Was heißt das? Also, wir haben zwei Karten aufhand, die vier oder mehr Ezerium kosten und die müssen wir dann abwerfen. Achso. Okay. Oh, das ist aber auch bitter. Na gut. Ja, haben wir ja kaum solche Karten. Wow. Oha. Der hat vier Leben. Macht zwei Damage bei Greyfold. Ja, verdammt. Der ist halt echt böse, ne? Ja. Wow. Oh Gott. Ähm. Nehmen wir jetzt drei Schaden, würde ich nicht vorschlagen, weil wir nur noch acht haben bei Greyfold, also bei der festen und letzten Uhr. Was ist das? Dass er zweimal Wut dazu nimmt. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Schweiß gehen, dann kriegt er ja noch, bei vier Wut schlägt er zu. Also, er schlägt jetzt sowieso zu. Ja. Dann kriegt er nochmal zwei dazu, ist er bei sechs, wenn er zuschlägt, kriegt er nochmal drei abgezogen. Jetzt bin er runter bei drei. Hm. Ich würde vorschlagen, dass er jetzt einfach zu steckt, weil er steckt sowieso zu. Ja. Oh, das ist auch die E-Karte ist gemein. Player with the most open breaches suffers free damage. Also, kriegst du drei Schaden. Ja, besser ich als du, ne? Gerade. Oder ich. Ja, wir haben ja beide schon, alle vier auch. Du bist dran? So, ja. Ach, der war schon wieder zweimal hintereinander. Blödsinn. Kann man den Plan hier stoppen? Den können wir nicht stoppen, ne? Drei Schaden gegen Greyfold oder... ...einen Kristall abgeben, aber das Ganze sechsmal. Fünfmal. Fünfmal, oder? Mal insgesamt sechsmal. Ähm. Ach so. Ja, einmal und dann fünfmal wieder runter. Ja, ich verstehe. So, jetzt gucken wir. Neun Schaden. Ich gebe... ...ein davon ab. Vier. Vier. Dann passt das mit fünf. Genau. Diesmal hat er sich nicht verrechnet. Ne. So, ich heile dich mal ein bisschen. Oh, dankeschön. Kann man es dann hier neu aufladen. Oh, okay. Aber dann haben wir den schon mal gleich weg. Fast. Ja. Oh. Ich muss ja natürlich wissen, wie viele Karten hast du auf deine Ablage stapelt, dass du die ziehen kannst. Hm. Das ist ein Ablage stapeln, ne? Hm. Hm. Wie viel Zauber... Da hast du ja jetzt nur... Du könntest die beiden Zauber ziehen, wenn ich die eins... Hm. Also meine, äh... Speziale Eigenschaft würde dich veranlassen, bis zu drei Zauber ziehen. Hm. 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 Ähm. The Player may return up to three spells. Ja. Komm, machen wir einfach mal. Okay. Aber warum kann ich das jetzt nicht auswählen? Kannst du doch, oder? War da nicht gerade zum Auswählen? Moment. 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 Boah, aber ich will doch, dass du das machst. The Player may return up to three... Ah, ne. Ich kann das nur für mich auswählen. Ist aber blöd. Ich wollte ja jetzt, dass du das machst. Ach so. Ah, ich verstehe das Problem, ja. Ha. Okay. Ja, das ist ja doof, wenn das nur für einen selbst geht. Dann lohnt sich das diese Runde nicht bei mir. Hm. Dann lass ich das einfach mal so laufen. Hm. Was geht der noch für Schale? Äh, machen. Sachen machen. Machen Sachen. Na, du hast noch einen, so ein Ding, aber damit kannst du ja nichts machen. Also das wär Quatsch. So. Ach so, du musst noch aussortieren. Ach so. Jetzt hab ich es vergessen. Noch eine Premiere. Yay. Ich hab keinen einzigen Zauber auf der Hand. Das ist natürlich böse. Ja. Ne, doch. Die beiden da waren. Ja, ich mein... Ne, ich mein das schon ausgespielt. Gebunden, ja. Wieso ist ihr weg? Hä? Was ist passiert? Du hast die Karte zerstört. Äh, nein. Ich wollte die nicht zerstören. Ich hab sie doch nur ges... Moment. Oder kann es sein, dass du das Velikt nicht mehr spielen kannst, weil du keinen geschlossenen Riss mehr hast. Das kann sein. Aber dann kannst du mit der Karte eh nichts anderes anfangen. Ach so. Ah, ich verstehe. Okay. Na gut, dann... So. Ja. Zwei. Mach dir auch dein Deck jetzt wieder schneller dadurch, von daher. Hm. So. Hä? Was könnte ich jetzt noch machen? Hä? Hm. Ich seh... Zaubervierten? Ne, ne? Ne, eigentlich nicht. Da geht nichts. Hä? Was... Ich hab ja auch hier keine Dinge. Was will er denn jetzt noch? Ich... Ich... Ich weiß nicht. Ah, Moment. Kannst du da oben... Ne, das kannst du auch nicht, ne? Ich... 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 Hm. Also, ich will jetzt nichts irgendwie ver... Aber ich kann nichts machen. Also... Ne, das sehe ich jetzt auch so. Hm. Das ist ja eigenartig. Aber bitte lass ihn nicht dran sein. Bitte nicht ihr. Nein! Ja, jetzt haben wir wieder dasselbe. Ja. Oder er schlägt dann halt wieder zu, ne? Ja. Und er macht mehr, oder? Wenn er zuschlägt, ist das schlimmer, oder? Nein, er zieht ja wieder eine von diesen sechs Karten hier, die immer böse sind. Eben. Aber er kann auch wieder sein, dass die Karte kommt mit fünf Schaden für Greyfold. Dann haben wir auch nichts gewonnen. Hm. Ja, das dachte ich grad so ein bisschen. Macht das mehr Sinn jetzt auf Ries? Bleiben wir mal einfach mal zuschlagen. Gucken wir einfach mal, was passiert. Oh, guck mal da oben noch. Ja, jetzt ist nämlich der Fall, dass wir jetzt sechsmal auswählen müssen, dass wir Kristalle abwerfen, beziehungsweise sechsmal drei Schaden nehmen. Also so viele Kristalle abwerfen wie möglich, würde ich vorstellen. Mhm. Jetzt wären bei dir die beiden hier. Mhm. Und bei mir... Eins. Das ist nicht gut. Zwei. Zwei. Und jetzt nehmen wir trotzdem nochmal drei Schaden, weil wir keinen Kristall mehr haben. Äh, warte. Ich hab doch noch. Ich hatte da unten noch. Oh nein. Sag das doch. Du kannst nochmal zurückgehen, oder? So wie ich gesehen hab, es hat geleuchtet da. Bei Schaden... Wupp, wupp, einer von uns. Dann nehm ich die mal. Ich glaub, jetzt kann man nicht mehr zurück machen, weil man ja weiß, was kommt, ne? Naja. Das ging jetzt nicht mehr. Mist. Ah. Weil ich glaube, ich kann dir mal kurz zeigen, die hier hatte nämlich auch geleuchtet zum abgeben. Ja, ja. Hab ich einfach verpennt. Einfach verpennt. Ja. Entweder schlägt der jetzt zu wieder, oder drei Schaden. Nehmen wir die drei Schaden, was soll's. Ah. Oh, jetzt schlägt der. Oh. Nochmal dreimal Wut dazu. Super. War nicht so ne erfolgreiche Runde bisher. Hm. Das... Das... Das heißt, wir müssen acht Karten abwerfen, haben aber nur noch fünf. Tja. Und das Überschüssige, was wir nicht erfüllen können, wird als Schaden auf Greyfold angerechnet. So ist das, glaub ich. Dann haben wir wohl verkackt, ne? Ja, sieht so aus, ne? Ja. Oder auch nicht in dem Fall. Dann haben wir Glück gehabt's. Du bist tot? Ja, ich bin erschöpft auf jeden Fall. Ja, wir haben verloren. Jetzt muss ich erstmal einen Riss zerstören. Verliere komplett Energie, die ist weg dadurch, dass ich erschöpft bin. Da haben wir vorhin noch so angegeben, dass wir die ersten beiden Male so erfolgreich waren. Ja, so schnell kann das gehen. Und das Schlimme ist, er hat ja immer noch sieben Wut. Das heißt, er schlägt gleich nochmal zu. Beim nächsten Mal. Aber jetzt sind wir natürlich erstmal dran. Vielleicht kriegen wir ihm noch Platz. Wer weiß. Hatte ich Zauber ausgesch... Ach doch, zwei. Aber die schwachen natürlich. Und ich hatte jetzt natürlich auch gar keine Karte aufhand gehabt. Du hast jetzt auch gar keine Karte aufhand. Ja. Voll übel. Hehehehe. 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 Schütz. Das ist bitter. Kann ich schummeln und mir einfach Karten geben? Okay. Ist ja nochmal dran. Oh, kein einziger Zauber, das ist doch... Ich hab auch glaube ich gar nichts mehr. Ach Gott. Was ist denn genau? Da mit Planer inside. Deal to damage. Na, für jeden Breach ist das schon nicht schlecht, ne? Aber ich glaube ich komm gar nicht mehr dran bis dahin. Oh Gott. Bitter. Jetzt bist du. Hast aber auch keinen Zauber drin, ne? Ne. Puh. Tata ist uns aber gegeben. Heilen kann ich nur dich, soweit ich weiß, weil ich bin und bleibe erschöpft. Genau, das ist schonmal gut. Äh, er holt mir noch einen Zauber, was soll's. Na ja, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. Weil er hat jetzt auch nichts mehr ausliegen. Kein Ding mehr, kein Plan mehr. Mhm. Er hat keinen Plan. Hehehehe. Fünf. Tja. Nicht viele Möglichkeiten. Oh, kannst noch noch? Hey, und noch zwei Schaden. Ich mach dich fertig, du Wurst. Hehehehe. bevor meine Hand noch größer wird. Ich kaufe lieber nichts Neues dazu. Jetzt kommen die ganzen Zauber. Toll. Aber auch nur eine Runde Zeit. Das heißt, ja, Ende. Ja, ach, verdammt. Ja, Leute, so einfach kann es gehen. Nur weil man den einfachsten Gegner nimmt, heißt das nicht, dass man eine Siegeschance hat. Man kann einfach Pech haben. So wie wir gerade. Wir hatten ja so ein paar Züge, die echt gut liefen. Aber ja, so insgesamt. Wir sind einfach wieder zu langsam reingekommen. Unsere Decks waren zu langsam, zu wenig Power. Naja. Machen wir gleich nochmal besser, würde ich sagen. So, Leute, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also dann, bye bye. Bye bye.